Hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Wolfenstein, the New Colossus, direkt in der Action. Einen Signal haben wir schon erledigt. Darum steht schon so ein Kasper. Alter, wie viele Kugeln frisst ihr? Und ich treff doch. Hab doch nichts an der Pupille. So. Wo ist der Arsch? Wo ist der Pausen klauen? Meine Axt schreit nach dir. Hier unten? Hä? Das muss irgendwo sein. 13 Meter. 15. Hä? Wo bist du, August? Ach, gib Ruhe. Mann. Ey, ich treff doch sein scheiß Schädel. Ficken. So. Und so. So. So, aber wo ist dieser Pausen klauen? Sag mal, wo ist der General? Da war, hm? Da ist ja gar nichts mehr. Äh, was zum Lesen. Da bloody wieder nicht da ist, werde ich das nur langsam durchskippen. Wer lesen will, bitte pausieren. So. Ja, komm her. Streck deinen scheiß Kopf vor. Oder nicht? So. Der muss doch hier irgendwo sein. Oh, da ist er oben. Hi. Mal kurz in den Schritt geschossen. Bisschen Rüstung. Ja, ich bin heute mal ein bisschen mehr auf Action aus. Alter, die stirbt doch mal. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, mein Freund. Ich hab dich gesucht. Mach ich nicht. So. Mach ich mal ein bisschen looten hier. Maschinengewehr Munition. Maschinengewehr Munition. Rüstung. Bisschen mehr Rüstung wäre schön. Aber da liegt noch was. So. Signale erfolgreich ausgeschaltet. Was ist das? Ach, ein Concept Art. Auch sehr schön. Ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir noch was übersehen hier. Zum Beispiel das hier. Der sticht ein bisschen hervor, findet ihr nicht. Weil wenn ich mir die Umgebung hier angucke. Er auch hier. Kann man mit dem was machen? Hä? Die stechen aber so hervor. Ich dachte, mit dem könnte man nichts anstellen. Aber naja. Wenn ich mir die hier angucke. Hä? Nö, tut sich nix. Oder ich mach grad was falsch. Naja. Gebt mir deinen Enigma-Code. 10 von 10. Nice. Kann man dafür jetzt irgendwas skillen? Oder? Ach so, das gibt Belohnung. Okay. Also ist genauso wie bei den alten Wolfenstein. Na, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Gut. Öl-Limit erreicht. Habe ich alles. Hopp. Hier hinten ist nichts. Bisschen Heilung. Komme ich darüber gesprungen? Nein. Ich will das schaffen, ohne runterzufallen. Habe ich. Habe ich. Ja. Ja. Rüstung. Hey. Yep. Ähm. Nicht. Nicht. Hier ist nix mehr. Ich bin auf 15 Rüstung. Noch ein bisschen Rüstung. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Da muss ich lang. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht hoch. Okay, das heißt in der Regel hier müssen wir lang. Ja. Einmal nach oben bitte. Muni haben wir. Ja. So. Äh, ba, 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 ba. Einmal wieder hier rüber. Hä? Ist hier was aufgeblinkt? Naja. Entschuldige, dass es gerade ein bisschen so langweilig ist, aber man muss sich halt da ein bisschen mehr umgucken. Weil man kann ja auch, wie gesagt, sehr viel verpassen oder man findet hier auch sehr, sehr viel. Hey, hier komme ich nicht durch. Hier war der Generalarsch. Aber die Kronenleuchter oder alles, das sieht mir so verdächtig aus. Komme ich hier nicht irgendwie hoch, eine Etage höher? Jawohl. Ähm, ja. Schwere Waffe. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Aber man kann auch jetzt Waffen aufrüsten. Ist ja nice. Limit erreicht. Oh Gott. Die sind schon wieder ihr Kack-Drohnen. Äh, die hebe ich mir besser auf. Oh, ich hasse diese Drohnen. Wer Wolfenstein wie New Order gesehen hat, der kann es verstehen. Wo ist das scheiß Vieh? Und schon wieder ein Signal enthält. Ist das dein Ernst? Okay, hier komme ich nicht durch. Das heißt, ich muss da quasi lang. Habe ich alles voll. Und wenn ich schon wieder ein Signal entdecke, dann kann es gut sein. Oh, Gold. Ah, wieder ein Konzeptart. Dann kann es wieder gut sein, dass das wieder in der wilden Schießerei endet. Oh, da ist die Piss-Drohne. Oh Gott. Der muss... 82 Meter. Ach, wisst ihr was? YOLO. Da bist du. Ist sie down. Stirb. Da waren doch noch mehr. Dein Haus. 91 Meter. Du bleibst liegen. 92. Fuck. Von wo? Da hinten. Da hinten. Mal einen kurzen Rush. Hey da. Ja, komm. Lug mal dein Köpfchen vor hier. So. 82, 81. 82, 81. Ui. Schon wieder so eine Piss-Drohne. Na komm. Gibt's da nicht. Stab durch Verpuffung. Hab ich sie? Jawoll. So kann ich zwei Waffen nehmen, wie kann ich wieder zurückschalten? Ich will doch nur eine Waffe. Mann. Ah, schon besser. Heilung. Da sind noch ein paar Pausen-Clowns. Wie war das bei Resident Evil 4? Ein paar Kaspar-Köppe. 71 Meter. 74, also muss es in der Richtung sein. Mitnehmen, mitnehmen. Logo. Rüstung. Da sind wir auch wieder gleich auf 200. Sehr geil. Da schlafen die Soldaten. Also hier oben sehe ich, ah doch, hier kann man lang. Maschinengewehr. Limit erreicht. Alter. Bin ich aber nicht in der Polizeistation? Von wo hat der Arsch jetzt geschossen? Ich will das nicht. Ich will hier runter. 57 Meter. 57 Meter. Na komm. Wunderbar. Geil wäre es auch, wenn man die toten Soldaten noch als Schild nehmen könnte. Das würde ich feiern. So. Looten, looten, looten. Hier ist nichts. So. So du Pisser, wo bist du? Ja, da will ich aber nicht hin. Ich will die Karte. Da komm. Ja, da ist noch einer. Toll. Wo ist aber euer Obermufti? Den will ich eine Kugel verpassen. Mann. Kopfschüsse 30. Wenn das neigt, wären es deutlich mehr. Was habe ich den weggeschossen? War das der? Willi? Alter. Fick mich. Ja, lad mal nach. Aber tu es leise. So. Du lädst nicht mehr. Du auch nicht. Ja, Nahkampf ist ein bisschen risky, aber gibt Skills. So. So. Leert mal eure Taschen, Jungs. Vor allen Dingen finde ich es wenigstens gut, dass mal die Klamotten auch blutig werden. Ja, ähm. Den General habe ich wohl den Kopf weggeschossen. Ungewollt. Leider geil. So, wo ist das fette Vieh? Da. Sehr schön. Was ist das? Oh. Sehr schön. Kann man die noch nachträglich abpacken? Ne, leider nicht. So. Wo muss ich lang? Und da war ich glaube ich... War ich da schon? Weiß ich nicht, ob ich da schon war oder nicht. Keine Ahnung. Woops. Wo ist das? Okay. So sind wir gleich auch im Untergrund gelandet. Kann man aber die Energie anstatt auf 50 nicht mal ein bisschen hochskillen? Oder bleibt die immer so niedrig? Ich weiß es nicht. Wer es weiß, bitte in die Kommentare. So. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hm. Kurios, kurios. Rüstung. Immer schön. Was bist du? Also ich feiere immer noch die Grafik. Aber... Aber das sieht aus für mich wie ein umgebauter Heuschredder. Oder wie die sich auch nicht mal nehmen. Ah, der mit der Waffe ist so langsam... Ist der ein bisschen träge. Aber nur ein bisschen. So, da bin ich runtergeplumpst. Da war nichts. Vor allen Dingen... Die haben ja alles mit einer Atombombe ausgerottet. So wie ich das verstanden habe. Warum rennen die hier immer noch rum? Muss man das verstehen? Hä? Wo komme ich hier lang? Kann ich mich hier irgendwie... Hoch? Nö. Kann ich nicht. Kann da auch nicht rein. Weil mir eine unsichtbare Wand das leider nicht erlaubt. Bisschen schade. Also muss ich doch wohin in den Untergrund. Oder wir gehen einfach mal hier raus. Hä? Ne, da will ich nicht rein. Wohin. Zack. Langer Weg zum State Building. Carolina. Erleuchten Sie mir den Weg? Ja, Hunde. Let it burn. Let it burn. Hier war so noch einer. Aua. Da haben wir so mutierte Scheißviecher. Oder was seid ihr? Robodog. Alter. Ich bin zwar teelieb, ne? Aber bitte was? Ihr seid ja noch ästlicher als die Hunde aus. Wolfenstein wie New Order. So, meine Freunde. Aber bei diesem romantischen Licht werde ich erstmal einen kleinen Cut machen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über eine Bewertung freuen. Finde ich immer geil. Und ein Like und ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.